präckig im Hero der lachte dann so Dritti und geil hehehe ich sehe einen Truck haben sie mal drin, schon alle Sachen hier ah... wo bist du denn? ah... da, Hallo wo sie.... naa lieber nicht wo siehst du einen Truck? warte, ähhm siehlt östlich achja und herzlich willkommen zu der ist kaputt 565 Meter der ist kaputt ist mir egal oder in welcher oder in welcher oder in welcher du fützst du südöstlich der da hinten ja 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 wir sind ja auf normales da jetzt jetzt diesen 3 plus immer noch der ist kaputt naja wie sieht's aus ähm gehen wir mal kurz runter zu den Terminen also erstmal gucken ob auf den anderen ja erstmal wieder auf unsere Standard-Pose zurück oder wie geht's dein Essen und Trinken warte hab ich ich muss immer nachgucken kurz ist alles safe Trinken hab ich noch was Essen ich hab 3 Cooked Meat wo hab ich denn die nochmal her ach die hast ja du aus dem Toten der den wir auf unserer Seite weggesnackt haben wo bist du wo bist du wo bist du äh welche Richtung kannst du neben dir links kannst du aufrechten ne hast du volle Munition ich ich hab schon die waren eigentlich ein paar halb leer geschossen die sind wieder alle voll ne 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 so wo ist beim Turm was es sind nicht sehr viele Spieler on also es wird sehr schwer sein heute ein zu snaggen ich guck mal hier so Brücke ne bei der Brücke sehe ich keine Zombies auf der anderen Flussseite auch keine Zombies boah 600 Meter oh ja hm ich geh mal auf unsere Sniper Posi zu meiner Bertha zu meinem Tannenbaum oder wie hab ich ihn getauft ja Bertha äh ich würde gern zu dem Ural gucken gucken oder laufen laufen äh unsere sichere Position verlassen bist du des Wahnsins sag mir ist der Checker nur da äh ist denn irgendwo äh der war auch da hinten irgendwo auf der anderen Flussseite bei der Brücke beim Turm ne den hat der Bauer Horst schon wieder auf den Feld gefahren ne so erstmal gucken ob im Wald nicht einer rumrennt wie am letzten Mal willst du wissen wie ich den letztens gesehen hab ist mir eigentlich egal aber du hast ihn gesehen durch Liebe hab ich ihn hab ich ihn gespürt und dann ist er mir durchs Bild gerannt als ich gerade im Inventar war wohlgemerkt ähm ja ja dann gehen wir mal Richtung Ural würde ich sagen yo auf voll oder semi stellen semi ok und wenn direkt vor uns einer auftaucht was ist dann was dann sagst du mir schnell da mal F drücken knallen stehen bleiben so wie bei um und er ist die Stille wo sie einer umdreht und sobald er sich umdreht dann muss man stehen bleiben und kann er sich mehr bewegen ping-pong nein nicht ping-pong der sagt kennst du es nicht nur noch natürlich kennengelernt der machte in den letzten er hat in allen gemacht das in Battlefield MW 2 MW 3 Prozent in Black Ops 2 hat er jetzt auch schon aber das hat man einst ich es ist auch schon scheißegal aber ich habe dich trotzdem gut nach spielern im das ist links wäre oben rechts gar nicht bis dahin ist äh doch doch nicht links ist nicht ganz alt die war da oben doch schon mal oder um ich glaube schon ja fack ich müsste nachgucken ob mein audio aufgenommen wird ich hoffe dass ich es aufnehmen dann musst du alles nur aber wie schnell sind die schwulen Zombies das gibt es doch nicht die sind kaum Tannen wo man es abhängen könnte doch die kleine da los die Maris jetzt gerade aus dem liebsten ich würde mir sagen so weit oben sind Sniper so mal gucken wir ja aber jeder schaut zu einer Transall schau mal links den Turm kann ich jetzt nicht gucken nein kann ich nicht gucken weil direkt hinter mir ein Zombie ist nö 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 zieh dich deine Mutter wieso folgt das nur mir das gibt es doch nicht komm ich snack das jetzt weg den kleine Wichsteil so kaboom ja das weg das andere Zombie ist doch eigentlich weit genug weg oder nicht Doppel-W Sprint Schlampe Ich geh mal geduckt, warte Jetzt hab ich noch vier Sichtbalken Ich geh mal du geduckt Ja Sieht es mich noch? Nee, es hat mich verloren Alter, zwischen vier und fünf Sichtbalken Da ist voll der große Unterschied hier Wie weit es mich sehen kann Ja, und der Ural da hinten ist am Arsch So richtig dreckig Egal, mal reingucken was Na, ich hab, also essen und trinken Essen hab ich genug, aber trinken hab ich nur noch eine Pepsi, oder was war's, ne Cola Hm, das ist natürlich schlecht Jo, aber das haben wir abends wieder gesehen, ey Weil ich auf die Straße gegangen bin Wir haben die Sichtbarkeit echt viel höher gestellt Ah, okay, Moni Wie viel? Für dich oder für uns beide? Nur eine Du hast ja verhasst mich Hier liegt Ne, M4A1 mit Moni CCO Ne Woh Ja, ja, bist du? Dich kenn ich doch Ja, dann war's das mal wieder Ja, erst mal die Ebene gucken Wo ist das Auto? Wo? Naja Das sieht wohl Das sieht schon eher farbbar aus Carl, 370 Meter Ne, das ist doch wieder so ein Ding hier aus Derry, so vor Hier So ein Blindgänger Ach, das ist ein Schild Ich dachte schon, was ist denn das da unten? Aber ziemlich neblig heute Man kann von hier gar nicht mehr die Türme da hinten sehen Die im Westen Ich leg mich auch mal kurz hin Ja Und ich schau mal kurz nach, ob die Aufnahme denn Ob meine Stimme aufgenommen wird Ich hab nämlich keinen Bock hier nachzusynchronisieren Äh, nachzusynchronisieren So rum So, bis gleich Ja Jo, meine Stimme ist drauf, gut Hihihihi Ich kleiner Schlingel Hm, hm Interessant Alter, jetzt sind ja bloß zwei Spiele außer uns online Das ist irgendwie laut Ja Please speak English, Otchermen I can't speak English very well Hallo, klein Zitat, Family Guy J.N. Ähm, gehen wir Wo gibt's Schuss? Was? Du warst ein Schuss, oder? Nein, das war ich Was, ich dachte, das ist ein Schuss Komm, die Zombie rechts Was, gerannt Scheiß Zombie Nö Alter, bist uns hier hochgefolgt, boh, du kleines Sackgesicht Ich schieße, warte Zwei Schuss Warum muss ich zwei? Oh, da hab ich nur einen gebraucht Unlogisch Ah, der hat ne Chemlight Kann man brauchen Ja, die kann man immer brauchen Wenn man grad kein Dildo in der Hand hat, dann Bringst du die auch Also ich würde wieder gerne ein Spiel da hier Da liegt ne M9 Mit zwei Macs Ich hab, ich hab M9 ist besser als Makarov Und ich hab auch wie Makarov nur zwei Macs, von daher Ich hab ne M9 zum 11 Na, viel besser Liegt da auch noch im neuen Mac Ne, nur ein G17 und dem Air Mac Wieso sagst du nicht, dass da an dem Air Mac liegt? Brauchst doch ne Äh, mit ner MK40 Ach, trinken Oh, ich seh grad im Rucksack von mir Hab ich auch genug trinken Ich hab hier Vier Soda Drei Also vier Coke Drei Pepsi Äh, einmal Sardinen Und zweimal Coke Also S Okay, ich hab Essen und Trinken noch genug Gut Guuuut Guuuut Gefolgt den Däunchenfisch Ähm, wir bräuchten Medipacks Äh, sprich Ding hier Bloodbacks Morphine und so Ja, du Warten hier auf Spiele, oder? Äh, wir könnten auch jetzt hier links an der Küste entlang gehen Das ist die östliche Küste der großen Insel Da kommt ja die Landzunge Die Meerzunge hier Die Land, wie auch immer Und da geht's dann auf die kleine Nebenküste Ich kann ja mal kurz Ich hab keine Map Verdammt Ich will's unseren Zuschauern zeigen Ja, und dann auf der anderen Seite gibt's ein Großen Hotel, äh, nicht Hotel, ein großen Hospitalkomplex Ja, ich weiß schon, was du meinst Und da gibt's voll viele Medipacks in so'n Scheiß Wollen wir das tun? Wir könnten auch den Server wechseln Spieler snacken und die Medipacks lauen Auf dem anderen selber haben wir nicht dieselbe Ausrüstung Ich hab's keinen Bock, wieder von vorne irgendwas hier Also das Wir könnten auch so lange warten Mit der Aufnahme Bis Spieler kommen Und dann wieder aufnehmen Alter Muss die vor mir hinstellen oder wat? Was denn? Sechs mal bekommst du'n Schuss Ich hab' mich nicht hingestellt Hihihi Hihihi Und ich mach' die Todesrolle Hey, hey, hey Hihihi Ja, gib mir erst mal Swipe-A-Posy, oder? Das ist unsere Alp Das war das letzte Mal Ja, toll Wir sind jetzt den ganzen Weg hier hoch zur Trans-Alp Ja, bitte Ja, bitte nicht Ich hab' ein Magazin mehr Ich hab' ein Magazin mehr Nein, das war so aller Trailer Das wird die Zeit kommen Also leckt sie Nein, sie leckt nicht Gut Ich hab' die Upload-Brasse, okay, dreht Ich hab' die Pfft Wieso wahnsinnig? Aber die sind schon wieder Zombies Was? Wo sind Zombies? Längs im Wald Oh, und Trägt ihr euch doch ins Knie Trägt ihr euch doch mal geduckt Bevor die uns doch sehen hier Das gibt's doch nicht Die haben die Sichtbarkeit echt voll nach oben geschraubt hier Na, komm Was? Ja, sicher Aber die haben mich gesehen Natürlich 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 Ich bin der Einzige, der gesehen wird Alle anderen sind unsichtbar Davon kommen auch wieder Zombies Weil hier mal Wir drum gehen mal Block aus Block aus Nee, Block aus Spawn ja noch mehr Nein Einmal durch die Tanne erstmal, damit ich das hinter mir loswerd Shubi Wabu Du darfst du nicht in ihrem Winkel stehen Wenn du mit mir Jetzt siehst du ja uns nicht siehst ja Einmal mittendurch, oder? Du 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 Bu Du 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 Dumm 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 Ne ich bin nicht schneller verdammt Boah ey Gehen die mir schwer auf die Eier und auf der rechten Seite wurden wir auch gesehen Natürlich What? Boah komm Durch den Wald Durch den Wald Das ist ja ein Schlepp Jetzt lassen wir auf den nächsten Platz, da können wir mal wetten Ah ja Alter sind die hässlich die Viecher Rind voll in dich rein Kleine Mongose Kleine Mongohuren Überall im Wald Ich hab sie letzte Nacht geknallt Auch wenn sie vergammelt sind Was haben sie auf sind? Spinn Rind Genau sie haben wie ein Rind Keine Ahnung Kind Bist du Kind Bist du gerade wie auf Pädobär Einstellung Nein Nein Ich hab keine Bühle von Stattfärbigen Mädchen nach einem PC So wie du Laber nicht Ein Arsch Gar nicht Sag mal die Schwanzlutsche ist abgehängt Das kommt vor uns wieder neu So Wo ist jetzt meine Beater hier? Beater Wo ist der Baum? Das war ein rechten Links halten Rechts ist wie ein Jägerstand Links halten Uh leck Links Totaler Krieg Oh jetzt werden wir weggesnackt hier Hier war doch letztens auch der Bieler hier Der Bieler? Ja Oder der Bieler Oder der Bieler Du hast Bieler gesagt Ich hab's genau gehört Bieler? Ja Ich mein doch Bieler Ja Also Biber Justin Der ist hier so kurz durch den Wald gedanst Ja und dann Ja Kamen deine Kugeln Das ist lustig wa? Du hast bis jetzt alle gekillt die wir getroffen haben Ich hab's immer gesehen Immer Klaus killed Unten links stand es immer Ich hab's Ich hab gar nicht drauf geachtet wieder Klaus killed den und den Den wir auf dem Turm auf der anderen Seite hier bei der Blockhitte gekillt haben Warst auch du Und der hier unten Den hast ja du mit der Den hast ja du mit der Waffe gekillt Da wo du noch gar nicht diesen Zoom hattest wie ich Das ist ja das Wirklich? Ja den hast du gekillt Weil ich mir aufpasst Ne ich auch nicht Also wahrscheinlich hab ich ihn 50 mal angehittet Und du hast dann einen Luckshot abgegeben Und du hast dann einen Luckshot hat und dann gefinished Ja Ja das war nur drei Mal das was der gefressen hat hier Drei dicke Magazine Hm Alejo Und du möchtest du Wir vermuten dass sie irgendwo Ja irgendwo Ich dachte dann Heliköp Ach wenn du die Dings Fick dich doch ins Knie Wir sind zu weit gerannt Wir müssen weiter zurück Na was ich sagen wollte Wirst du hier vermuten dass hier irgendwo ein Spieler im Gras liegt Mit äh Sniper Im Anschlag Ne das ist halt die beste Pose hier Da sieht man halt Fast in alle Wenn es nicht so neblig wäre In alle Türme hier In den Linken Da hinten ist ja noch einer Den sieht man jetzt noch nicht Beim Blockhaus und bei dem hier Und Wo waren wir denn? Ich bin schon Oh fuck Und Wo Wir sind schon zu weit Zu weit Westlich Wo bist du hin? Zu weit westlich? Ich bin hier irgendwo am Bahn Ja ich sehe dich links Hinter mir kommt ein Zombie bei der Brücke Kurz mal durch die Tami hier Wir sind schon längst an unserer alten Sniper Posey dran vorbei Die war viel weiter in der Richtung her Ja Hallo schau mal wir sind schon fast bei der Brücke Okay Und wir können die Kinder hier im, im Z Hintergrund Hier so 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 Boah ey Wo gehst du hin? Aus unsererتқropose hast du gesagt Die war aber nicht hier Ja Die war jetzt noch hier am Weg entlang Wir waren fast am Weg Nicht gesehen Nö Restart um 0 Uhr, 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr Okay 0 Uhr wie viel haben wir denn gerade ich weiß nicht wie oben war der Jägerstand hier waren wir nicht 7 Uhr haben wir nein wir waren noch viel weiter in der Richtung hier wir konnten noch zu dem Turm hier gucken das wusste ich wir waren jetzt hier irgendwo kannst du das kommt bei mir da war auf jeden Fall noch das tut mir leid mein Freund ich habe mich geirrt wieso bist du eigentlich vorgerannt das frage ich mich eigentlich so warte wo ist die kleine Tanne wir waren hier irgendwo sieht man nämlich zu dem Turm, dem Turm und dem Platz das ist unsere Pose hier und meine Tanne war die hier warte wo sie denn ja dann war da unten der Spieler hier waren wir ungefähr so und wo ist jetzt meine Bärter da unten die da es war ein kleinerer Baum hm nein wo ist meine Bärter na erstmal gucken ob irgendwo Zombies sind ne Standard also Turm bei ähm Staudamm sehe ich nichts auf der Insel also auf der anderen Flussseite nein Lockhaus auch nix auch nix die hier warst du oder? ne ungefähr hier irgendwo genau was ich nachschauen wollte ist eine Entfernung hier 500 Meter zu dem Meter 500 Meter war aber leicht unter dem mittleren Dot weißt hier hast du leicht unter dem zweiten ja also es sind 485 ja 500 leicht unter dem zweiten also ich würde sagen bis 1000 Meter ist die eigentlich genau ungefähr naja wenn du auf 1000 Meter hier noch einen siehst bei dem Nebel ist schon ein Wunder ne natürlich was ist denn das da hinten ein Bärmsturm ein Bärmsturm meine Fresse legt die nieder wollen wir den anderen Spieler eigentlich gefunden da sind wir schon unten am Weg über den Weg drüber oder? jo sagen wir wollen wir auch noch mal der Brenn bis ein Spieler kommt also wir sind jetzt bei 20 Minuten das etwas interessanter etwas interessanter ja ok dann wir sind sowieso bei 20 von daher ich hoffe ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal ein wenn wir auf Spieler treffen was womöglich der Fall sein wird ich plätt hier mal schnell das Gras ich bin die Dampfwalze und Todesrolle ja bis demnächst bei Let's Play DayZ Season 3 Plus auf dem auf der Karte in der Malsk W.O.P. selber jetzt habe ich den Namen gesagt nein ok tschau servus